Achtung, wenn ihr zwischen 18 und 24 Jahre alt seid, dann könnt ihr jetzt deutlich mehr Geld verdienen als sonst. Die Plattform YouGov hat erhöhte Auszahlung. Das heißt, wenn ihr zwischen 18 bis 24 Jahre alt seid und ihr wollt Geld verdienen mit Umfragen, dann bleibt jetzt dran, weil ich möchte euch zeigen, wie ihr deutlich mehr Geld verdienen könnt, indem ihr an Umfragen teilnehmt. Jetzt könnt ihr nämlich diese einmalige Chance nutzen und ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Was ist YouGov? YouGov ist eine Plattform, auf der ihr für eure Meinung bezahlt werdet. Zum Beispiel, wenn ihr eine Meinung habt rund ums Thema Wintersport oder Kaffee oder, sagen wir mal, Adventsdekoration, dann könnt ihr diese Meinung online angeben und für jede einzelne Frage, die ihr beantwortet, kriegt ihr Geld. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Hier steht dann, sagen sie uns ihre Meinung. Man klickt dann auf Starten und schon kann man mit praktisch diesem Bereich hier starten und kann hier seine Umfragen durchführen. Und man sieht hier unten immer die Punkteanzahl. In meinem Fall liegt die jetzt hier bei 0 Punkte. Wenn ich auf Weiter drauf klicke, habe ich schon die ersten 5 Punkte verdient. Übrigens, falls ihr das Ganze auch machen wollt, Link ist in der Videobeschreibung drin. Ich habe euch mal einen direkten Link zu diesem Teil hier reingetan. Aber wie gesagt, nutzt diese Chance auf jeden Fall jetzt, weil jetzt gibt es halt diese besondere Auszahlung, die ihr bekommen könnt bei YouGov. Also, machen wir das Ganze einfach mal. Klicken wir hier auf Starten drauf. Wenn ihr auch teilnehmen wollt, Link ist in der Videobeschreibung drin. Dann könnt ihr das Ganze auch nachmachen. Und hier gebt ihr jetzt praktisch also erstmal zum Beispiel an, in welcher Sprache soll das Ganze sein? In Deutsch. Dann, in welchem Jahr seid ihr geboren? In meinem Fall 1997. Und man sieht hier unten, dass diese Punkteanzahl immer höher wird. Dann gebt ihr hier zum Beispiel euer Geschlecht an und das Ganze geht jetzt immer so weiter. Was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Nämlich, wir legen unseren YouGov-Account an. Nämlich, sobald wir diesen Account haben, werden wir dann gematcht mit unterschiedlichen Umfragen und können durch diese Umfragen hier Geld verdienen. Es geht so von weiter. Ich habe nur eine wichtige Information für euch. Übernächsten Wochen werde ich wieder jeden Tag neue Videos rausbringen. Und ich hatte ja gestern schon mal im Intro gesagt, dass es für mich extrem wichtig ist, immer informiert zu bleiben. Und wenn ihr auch online vermögend werden wollt, dann müsst ihr auch einfach up-to-date sein, was neue Plattformen angeht. Und gerade zum Beispiel solche Dinge wie YouGov, dass man dort besondere Auszahlungen bekommt, das hört man nicht so öffentlich, weil es steht hier auch nicht auf der Webseite drauf und schon gar nicht direkt bei dem Login. Denn sowas könnt ihr hier auf diesem Kanal erfahren. Und wenn ihr genau solche Updates haben wollt und ihr wollt vor allen Dingen Methoden kennenlernen, mit denen ihr jetzt sofort mehr Geld verdienen könnt, wie das, was ich euch heute hier in diesem Video zeige, dann klickt jetzt komplett kostenfrei unter diesem Video hier auf den Abonnieren-Button. Einfach einmal kurz drauf gehen und dann auch nochmal die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr wirklich keines von meinen neuen Videos mehr. Es wäre wirklich, wirklich Hammer, euch in der Community dabei zu haben. Wir sind schon 35.100 Leute und wenn ihr auch Teil davon sein wollt, einfach jetzt einmal kurz unter dieses Video gehen und auf den Abonnieren-Button draufklicken. Sobald ihr in eurem Profil drin seid, müsst ihr zuerst mal hier oben eure Namen eingeben. In meinem Falle Leon Schottari. Dann drunter kann ich jetzt hier meinen Punktestand einsehen. Ich habe jetzt 60 Punkte. Wenn ich dann weiter nach unten scrolle, habe ich hier drei unterschiedliche Optionen. Das sind meine Aufgaben, das heißt Dinge, die ich jetzt noch erledigen kann, beziehungsweise erledigen sollte. Nämlich einmal Forschungsumfragen, verdienen sie Punkte für diese Forschungsumfrage. Dann einen Freund einladen. Wenn ihr andere Leute einladet, kriegt ihr direkt nochmal 1.500 Punkte. Und ihr könnt auch hier, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, erstmal euer Profil aufbauen. Nämlich ihr müsst euch jetzt überlegen, okay, warum sind denn Leute eigentlich an mir interessiert? Und in der Regel sind die Unternehmen, die hinter diesen Umfragen stehen, nicht an euch interessiert, wenn sie halt keine Informationen über euch haben. Genau deswegen müsst ihr erstmal euer Profil aufbauen. Ihr klickt dann also jetzt hier auf Antworten Sie jetzt. Und sobald ihr es getan habt, könnt ihr hier eure Meinungen zufügen. Zum Beispiel hier Umweltpolitik. In der Politik ist es besser, in Sachen Umweltpolitik eher vorausschauend präventiv zu handeln oder eher auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. In Klammern reaktiv. Und ich sage jetzt mal in meinem Falle hier, was weiß ich, weiß nicht. Und dann drunter, also grundsätzlich bei weiß nicht ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass dann die eigentlichen Unternehmen, die Umfragen an euch vergeben, dementsprechend sagen, naja, die Person kennt sich damit nicht aus oder diese Person hat halt keine klare Meinung. Das hilft uns nicht so wirklich. Das heißt, es ist natürlich auch gut, hier eine klare Meinung zu spezifischen Themen zu haben. Deswegen, ich sage mal jetzt hier in meinem Falle mehr präventiv. So, dann scrolle ich jetzt hier nach unten. Dann Profil, Stärken und Schwächen. Mit welchen positiven Begriffen würden Freunde und Bekannte Sie persönlich beschreiben? Wählen Sie bis zu sechs aus. Und dann kann ich jetzt hier, sagen wir mal zum Beispiel Macher angeben. Ich denke, das ist sicherlich etwas, was vielleicht einige Leute sagen würden. Nerd, Job, das passt für mich auch. Dann kann ich hier vielleicht noch Denker, naja, schön wäre es, aber ich nehme es einfach mal. Dann scrollen wir hier ein bisschen weiter noch nach unten. Tagträumer, Schwächling, Mauerblümchen, Kumpeltyp, das mit Sicherheit auch. Und Kontrollfreak, nee, definitiv nicht. Mauerblümchen, ich hoffe doch wohl nicht. Schwächlich, keinesfalls. Und Tagträumer, nee, auch nicht so wirklich. Also lassen wir es genau dabei. Diese vier Punkte habe ich jetzt hier angeben. Dann Streaming. Wie bewerten Sie die Serien, die bei verschiedenen Anbietern gestreamt werden können? Also das sind praktisch jetzt einfach diese Fragen, die ihr beantwortet und damit qualifiziert ihr euer Profil. Und wenn ihr euer Profil qualifiziert habt, dann könnt ihr natürlich an deutlich mehr Forschungsumfragen teilnehmen. Wir können ja mal hier auf Jetzt beginnen draufklicken und können damit zu unserer ersten Forschungsumfrage gehen. Hier steht es Ihnen jetzt auch. Herzlich willkommen bei YouGov Deutschland und Ihrer ersten Umfrage. Wir danken Ihnen, dass Sie Ihre Meinung und Ansichten mit uns teilen. Und wir sehen jetzt hier unten, diese Befragung dauert circa 5 Minuten und wir schreiben Ihnen 125 Punkte gut. Und jetzt kann ich hier unten einfach weiterklicken und schon kann ich an der ersten Umfrage teilnehmen und kann das erste Geld verdienen. Und jetzt, wie gesagt, gibt es ein höheres Payout, was für euch wirklich super ist, weil ihr dementsprechend direkt von Anfang an mehr Geld verdienen könnt. Also ein Link zu YouGov ist in der Videobeschreibung drin. Wir schauen uns hier auch nochmal so die Ratings an. Hier gibt es nämlich zum Beispiel dann Ratings zu unterschiedlichsten Dingen, zum Beispiel hier Top oder Flop. Bewerten Sie folgende Themen und vervollständigen Sie das Profil. Das heißt, ich kann jetzt hier Dinge raten und kann dementsprechend dann damit mein Profil verbessern, sodass dann wieder mehr Umfragen für mich vorgeschlagen werden. Hier zum Beispiel Sehenswürdigkeitenbewertung. Kennen Sie die Sehenswürdigkeiten? Klicken Sie zum Bewerten, zum Beispiel Rügen. Finde ich super. Also kann ich das hier zum Beispiel anklicken. Oder Berlin der Mauer, ja, finde ich auch ziemlich gut, aber steht nicht mehr wirklich natürlich viel von. Gut so, klicke ich jetzt hier auf mag ich und dann, was haben wir hier noch so Schönes? Sagen wir mal, an den ganzen Orten war ich noch nicht. Gehe mal auf mehr Laden drauf und dann Social Media Persönlichkeiten. Wie stehe ich zum Beispiel zu welcher Person? Zum Beispiel PewDiePie. Definitiv sehr positiv und ich muss ganz ehrlich sagen, gut, Summer Ray schon mal gehört, aber die ganzen anderen sagen mir absolut gar nichts. Wie auch immer. Das heißt, so könnt ihr euer Profil hier aufbauen und könnt dann natürlich, wenn ihr genügend Punkte gesammelt habt, diese Punkte eintauschen gegen Belohnung. Ihr habt hier die 50 Euro Geldprämie. Diese 50 Euro Geldprämie erhaltet ihr, wenn ihr 25.000 Punkte gesammelt habt und viele von euch werden sicherlich sagen, oh, das dauert ja ein bisschen. Wenn ihr mal ein paar Freunde einladet, geht das richtig schnell. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr ladet jetzt hier 10 Freunde ein. Dann habt ihr alleine schon 15.000 Punkte, weil ihr 1.500 Punkte pro Person bekommt. Und dann merkt man natürlich, hey, das geht ja relativ fix. Und wenn ihr also zum Beispiel auch das Ganze auf Social Media teilt oder anderswo teilt, dann lassen sich sicherlich auch mal am Tag hier 50 Euro gut und gerne verdienen, indem ihr zum Beispiel einfach 10, 20 Leute dazu bekommt oder vielleicht 30 Leute dazu bekommt, sich hier auf der Plattform anzumelden. Deswegen nutzt auf jeden Fall jetzt diese Chance. Ich weiß nicht, wie lange es diese höheren Payouts geben wird. Ein Link zu YouGov ist in der Videobeschreibung drin. Das war es nur heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können. Ich danke euch und ich danke euch und ich danke euch.